Kennst du solche Menschen oder bist du vielleicht selber eine oder eine davon verhärmt, verbissen und was nun? Diese verhärmten Menschen, diese oft verbissenen Menschen, also die in dem Zusammenhang mit dem Verhärmtsein auch noch verbissen sind oder deswegen verhärmt sind, weil sie verbissen sind, das interessiert uns hier in diesem Audio. Was bedeutet verhärmt zu sein? Wenn du das jetzt mal nachschlägst, es geht ja oft nur um Begrifflichkeiten und Worte, über die man sich im Klaren werden kann, dann bedeutet verhärmt zu sein, kränkelnd zu sein, krank zu sein, sieg zu sein, so wirklich so dahinvegetieren, auch abgehalftert zu sein, in dem Sinne von ausgebrannt zu sein. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, warum sind diese Menschen kränkelnd, abgehalftert, ausgebrannt? Wieso kam es dazu? Wieso ist das so eine schreckliche, fürchterliche Infektionskrankheit gewesen, die sie angefallen hat? Und die armen Menschen können nichts dafür und dann siechen sie so dahin. Natürlich könnte das der Fall sein, aber das ist hier das, was nicht gemeint ist, sondern die Menschen sind selber verantwortlich für ihren Zustand der Verhärmtheit und der Verbissenheit, denn gerade durch die Verbissenheit entsteht so etwas. Also dieses total Ehrgeizige, ich will etwas erreichen, ich will ein Ziel durchsetzen, ich will es tun, ich bin die Einzige, die es tun kann, die anderen sind dazu nicht in der Lage. Ich muss diese Familie schaukeln und so weiter und so weiter. Also diese Menschen sind dann oft kränkelnd, krank, abgehalftert, irgendwie auch so, das siehst du schon auch oft im Gesichtsausdruck, dieses vollkommen Verbissene, diese schmalen Lippen, dieses an jeder Ecke und Ende, die sind nicht in der Lage dazu, das zu tun, die können das nicht. Mich widert die Menschheit an, mich widert meine Familie an, mein Betrieb, meine Partei, egal wo wir hingucken, also in dieser Art und dann sind sie noch verbissener, weil sie sagen, naja, mich haut so schnell nichts um. Dabei sind sie schon längst angenagt und angefressen und werden trotzdem noch verbissener und verbissener und schaden sich selbst, das ist der Punkt. Das Verhärmte und das Verbissene schadet sich selbst. Es ist eine Destruktion. Es ist eine Selbstdestruktion. Es ist der Boykott des lebendigen Seligen in diesen Menschen. Ich sage ganz bewusst der Boykott, die Ignoranz gegenüber der Seligkeit unserer Existenz, die eigentlich immer wieder dazu einlädt, selig zu sein in dem Sinne und das Leben als etwas Schönes zu empfangen und darin auch teilzunehmen, daran teilzunehmen. Und genau das tun diese Menschen nicht, die verhärmt und verbissen sind in diesem Sinne. Wie gesagt, sie können von einer Krankheit angefallen werden, ist keine Frage oder sie können Opfer werden und all das. Aber es ist diese Selbstverantwortung gemeint, die zu diesen Zuständen geführt hat. Und autodestruktiv zu sein bedeutet, man schadet sich im Laufe des Lebens noch immer weiter und immer mehr und deswegen auch das Aussehen, diese Verbrauchtheit, dieses, wo du sagst, mein Gott, das Leben hat wirklich an dem genagt. Also in dem Sinn von, diese Menschen sind enttäuscht vom Leben, dass du aber, ich möchte es nochmal betonen, selbst verantwortest, dass sie selber verantworten, dass sie selber sich so eingerichtet haben und selber so konstruiert haben. Viele Menschen stehen nicht zu dem, was sie eigentlich selbst verantwortet haben, sondern im Notfall weichen sie dann immer ab von sich und sagen, naja, ich habe alles getan, ich habe alles gemacht, um was es ging. Andere sind schuld, andere Umstände sind schuld, aber ich nicht. Und das stimmt natürlich nicht. Das ist also oft ein sehr krasses Missverständnis. Jeder, jeder Mensch ist verantwortlich für das, was er in seinem Leben gestaltet. Und das bedeutet natürlich, wenn ich verantwortlich bin für das, was ich im Leben gestalte, dass ich auch auf der anderen Seite die Freiheit habe, das Leben zu leben, was ich lebe, in der Selbstbestimmtheit. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Also diese Menschen, die verhärmt sind und die verwissen sind, sind enttäuscht von der Welt. Sie sind enttäuscht von der Welt, weil sie die Verantwortung in der Welt falsch getragen haben. Die Verantwortung von sich selbst in der Welt falsch getragen haben. Ja, und wie haben sie das falsch getragen? Das ist natürlich die Frage. Sie haben zum Beispiel zu wenig genossen. Sie haben sich zu wenig entspannt. Sie haben sich zu wenig zurückgelehnt. Sie sind zu wenig mit den anderen gegangen und sagen so, ich muss ja nicht alles selber machen. Ich muss das nicht verbissenheitshalber beweisen oder anderen Menschen beweisen, damit ich vielleicht oder vermeintlich geliebt werde, noch mehr tun in der Arbeit und noch viel mehr tun oder in der Überheblichkeit und der Arroganz, alles selber regeln zu wollen, aber andere eben nicht mit einzubeziehen. Andere, die es auch ähnlich regeln können, wenn auch auf andere Art und Weise, aber doch im Gemeinschaftlichen regeln können, sodass wir immer wieder sagen können und dadurch als Menschen sehr erfreut und geradezu beflügelt sind, wir sind zusammen und wir kooperieren, wir kommunizieren gemeinsam, wir respektieren uns wechselseitig. Die Welt ist da und wir können etwas mit der Welt gestalten. Und die Welt ist immer wieder schön, erstaunlich schön. Ich erwache immer wieder morgen und bin froh, dass der Himmel da ist und dass es hell ist. Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, der Himmel blau ist oder wie es auch immer ist. Es ist einfach schön, am Leben teilnehmen zu können. Das können eben diese Menschen in diesen Zuständen wenig oder gar nicht. Und das ist wichtig, sie darauf hinzuweisen oder eben ein Bewusstsein zu schaffen, das dahin geht, die Welt mit Freude zu empfangen. Es geht immer wieder darum, neben allen Problemen, die auftauchen, auch die Welt mit Freude zu empfangen und die Welt in sich hineinzulassen. Es ist ja genau das Egozentrische, das viel zu sehr auf sich bezogen ist, in dieser Verhärmtheit, in dieser Verblendung auch geradezu, in diesem Verbissensein und gar nicht mehr merkt, dass ja schon alles da ist. Und ich muss einfach nur in dem Vertrauen, in dem wechselseitigen Vertrauen daran teilnehmen, es geschehen lassen. Ich kann mich hingeben. Ich kann wirklich genießen. Und das bedeutet nicht Wellness, die man teuer bezahlt und all das, was uns heutzutage so angedreht wird von einer immer mehr zunehmenden Kommerzialisierung, sondern, mein Gott, ich kann mich in jedem Moment hingeben. Ich kann mich meinem Atem hingeben. Ich kann mich dem Sonnenschein hingeben. Ich kann mich dieser Siesta hingeben, dieser Mittagsruhe. Ich kann mich dem Kaffee hingeben. Ich kann mich meinem Mann hingeben. Ich kann mich auch selbst meinen nörgelnden Kindern hingeben, indem ich sage, es interessiert mich jetzt nicht das Genörgel, aber wir sind zusammen. Und es ist einfach schön, zusammen zu sein in dieser Hingabe, in diesem gemeinsamen, in diesem starken Miteinander, genauso in der Natur oder von mir aus auf der Autobahn oder wo auch immer es stattfindet. Und dadurch wird das Leben gelassener und befreiter und reichhaltiger und geradezu gefühlt. Ich lasse mich füllen von der Welt, von anderen Menschen, die mir etwas geben, genauso wie ich etwas gebe. Also im Einverständnis zu sein, bedeutet doch eher nicht, verhärmt zu werden, kränkelnd, sich ausgebrannt und ausgemergelt, sondern im Einverständnis zu sein, sich das zu nehmen, was zu nehmen ist und das zu geben, was zu geben ist. Alles selbst regeln und sich deswegen auffressen, ist ja nicht das, was zählt. Und das tun viele Menschen. Und deswegen wirken die oft verhärmt. Geh mal so, wenn du das jetzt gehört hast, meinetwegen als Möglichkeit, so durch die Straßen und guck dir mal die Menschen an und dann wird dir auffallen, oh, da gibt es Menschen, die sehr verhärmt wirken, verbissen, sich durchschlagend, die Welt als etwas Schreckliches wahrnehmen immer wieder und so sehen die auch aus und diejenigen, die lächeln und die freudig sind und die eigentlich erfüllt sind und deswegen auch etwas sehr Positives, geradezu Charismatisches ausstrahlen und die anderen Menschen daran teilnehmen lassen und denen etwas abgeben davon. Und genau das ist ja auch die Haltung, die wir dann haben können, lächelnd durch die Welt zu gehen und sich nicht auffressen zu lassen und sich zu vorausgaben, sondern im Einklang mit den Dingen zu gehen. Das heißt nicht, diese Egozentrik, diesen Egoismus, den diese Menschen dann haben, zu strapazieren und über zu strapazieren und dadurch verhärmt zu werden und ausgebrannt zu werden, weil man alles regeln muss und für alles gefragt werden will und zu allem ein Ja oder Nein hat und quasi eine Machtbeflissenheit hat, die viel zu stark ist, sondern sich immer wieder hingebt, genießt, rauszieht, all das engagiert und all das, was so zum Leben gehört, verhärmt, verbissen und was nun?